Mich müssen heute fünf YouTuber jagen und sie können eins dieser zufälligen, verrückten Autos nehmen, wie unter anderem einen Mercedes-Taki-Wagen, den Avenger-Special-Wagen, dann den Ferrari mit Superboost oder wenn sie besonders Glück haben, kriegen sie einfach einen Kampfroboter. Und ich muss probieren, sie zu bekommen und wir werden jetzt auslösen, welches Auto welcher YouTuber bekommt. Wir fangen an mit Amir. Let's go! Du bekommst folgendes Auto, das Glücksrad entscheidet. Amir, du bekommst das Auto Nummer fünf und das ist der Avenger-Special-Superwagen. Das Auto ist gar nicht so schlecht, das ist wirklich, guck mal hier, wie die Tür auch aufgeht und so und man muss auch mal gucken, wie das hier von hinten aussieht. Junge, Amir, du kannst dich auf den Weg machen, dich verstecken, ich muss dich finden und muss dich natürlich eliminieren. Und falls ich es schaffen sollte, Amir zu bekommen und ihn zu eliminieren, bekomme ich 500 Euro. Falls ich es nicht schaffen sollte, muss ich ihm 500 Euro zahlen. Der Nächste im Bunde. Max, welches Auto wünschst du? Boah, kranker Beat. Ja, heftig, ne? Kranker Beat, Bro, das ist mein Lieblingssong. Max, welches Auto willst du haben? Sag mal. Darf ich mal eins aussuchen? Nö, aber das Glücksrad entscheidet. Ich interessiere mich nur, was du nicht... Ich hätte gern den Butterfly Lambo. Butterfly Lambo! Oh mein Gott, das ist eine heftige Ansage, Max. Deswegen werden wir dir jetzt gucken, was das Glücksrad aber sagt. Das Glücksrad gibt dein, Bro. Oh mein Gott, Bro. Max, du kriegst den Takis C63, die Nummer 4. Ist aber auch ein cooles Auto. Magst du Takis? Ja, das ist chillig. Ja, Takis sind cool. Ja, ich sag dir ehrlich, ich esse auch Takis und trinke immer mehr. Tschüss. Tschüss. Dann haben wir Russack, den Conehead. Russi, du bekommst... Lass, Ende, Ende ist egal. Ende ist raus, fertig ist. Russack, du bekommst die Nummer 1, das Marsmobil. Nein. Ich sag dir ehrlich, das Einzige, was glaube ich Vorteil bei diesem Auto ist, ist das schussige Reifen. Echt? Ich glaube ja. Ich weiß nicht. Bro, das geht doch übelst. Viel Spaß. Dann haben wir Obdachlosen-Spieler-Blaze. Okay. Was geht? Soll ich Foto von dir machen? Blaze, wir gucken jetzt erstmal, welches Auto du bekommst. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Der Blaze bekommt... Nein, nein. Ich brauche den Bugatti. Ich brauche den Bugatti. Du bekommst den Lambo. Den Flying Butterfly Lambo. Die Nummer 3 ist das nämlich gewesen, Leute. Das war 1, 2, 3. Deswegen, das ist ein gutes Auto. Du hast keine Chance. Müssen wir Screenshot schicken oder toggelst du uns? Ich toggle euch heute. Mit dabei ist auch... Ente, bist du ein Wurm oder was? Ich bin eine Schlingelschlange. Was bist du? Eine Schlingelschlange. Okay, Leute. Wir gucken, welches Auto die Schlingelschlange Ente bekommt. Es gibt nicht mehr so viel Auswahl. Ich wünsche dir das schlechteste Ente. Und du bekommst die Nummer 2. Und das ist der Bugatti. Ja! Herzlichen Glückwunsch, Leute. Ich sage euch ehrlich. Hier gibt es... Ey, es gibt einfach zwei Jackpot-Autos. Und niemand hat sie bekommen. Und zwar guckt euch mal diesen Ferrari an. Das ist kein normaler Ferrari. Das wäre wirklich das perfekte Auto zum Abhauen. Und zwar hört euch mal den Sound an. Sound ist brutal. Aber guckt euch mal die Spezialfunktion dieses Autos an. Bro, einfach Boost. Ist geisteskrank. Aber jetzt müssen wir natürlich gucken, mit welchem Auto wir die YouTuber jagen. Und dafür werde ich wieder fünf Random Autos spawnen. Und mal schauen, welches Auto ich heute bekommen werde. So, mal gucken, welche fünf Autos ich bekomme. Feuerwehrman Sam, Leute. Okay. Boah, so strong, Bro. Strong. Strong. Äh, Flugzeug zählt natürlich nicht. Ja, das ist... Das Auto ist nicht schlecht, Leute. Das ist aber ein normales GTA-Auto. Das ist jetzt nicht so OP. Also zwei Müllautos schon mal bekommen. Ey, Bro. Das kann doch nicht wahr sein. Drei Müllautos. Komm. Oha. Bro. Das Ding ist... Der ist gar nicht langsam. Aber den kann man nicht lenken. Guck mal hier. Der fährt nur geradeaus. Okay, Leute. Wir brauchen noch ein gutes Auto. Komm, bitte ein Auto, was irgendwie einigermaßen gut ist. Es muss kein OP-Auto sein. Okay. Hey, Helikopter zählt nicht. Pff. Oh. Bro. Das ist ein... Nissan GT-A. Ja, aber es ist so ein E-Modell. Also, ich sag euch... Blöf. Ich muss ehrlich sagen, Freunde. Wir haben heute leider wirklich das größte Müllauto ever bekommen. Heute gibt es aber Sonderregelungen. Und zwar, wir dürfen nämlich die Karte benutzen. Das heißt, ihr seht links unten die Karte. Und hier darf ich jetzt Leute toggeln. Ja, also das heißt hier, Leute. Ich gucke jetzt zum Beispiel mal, wer ist schlecht. Also, ich würde sagen, Russik hat ein schlechtes Auto. Den toggeln wir jetzt. Und jetzt habe ich seine Koordinaten links unten auf der Karte. Leute, wir fahren jetzt hier in diese Garage rein. Ich passe hier gerade noch so durch. Oh Gott, ist das... Oh Gott, ist das eng. Oh Gott, ist das eng. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Und morgen kann ich jumpen. Auf dieses Dach hier drüben. Ist okay, das ist gut. Das benutzen wir. Oder ich mache einen ganz krassen Move. Oha. Wenn ich schon so ein Offroad-Buggy habe, könnte ich mich theoretisch hier durchquetschen. Okay, super. Perfekt. Okay, das sieht gut aus, Leute. Sieht, würde ich sagen, gut aus. Hier bleiben wir einfach. So, Leute, wir haben den Takis AMG, Leute. Ist jetzt nicht das krasseste Auto vom Handling und so, aber ist okay. Kann ich mit arbeiten, Freunde. Und wir werden uns jetzt auf jeden Fall mal wieder ein Versteck suchen. Wisst ihr, was ich gerade überlege? Ich überlege, ob wir vielleicht einfach wirklich wieder den guten alten Maze-Bank-Jump machen sollen. Direkt hier, schön am Anfang. Maze-Bank-Jump, Leute. Kommen wir da überhaupt hoch mit der Bummi-Kiste? Oh, lol. Okay, first try. First try, Leute. Wisst ihr was? Dann bleibe ich hier oben. Dann, wenn es schon so gut jetzt klappt, dann bleibe ich einfach hier oben. Können wir schön abhauen später in die Kanalisation rein. Ihr wisst Bescheid. Let's go. Okay, Freunde. Dann würde ich mal sagen, müssen wir uns natürlich auch mal verstecken gehen. Let's go. Okay, Freunde. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier rüber. Die Frage ist, schaffen wir es auch wieder runter? Nee, so nicht. Okay, Freunde. Ich würde mal sagen, das hier ist dann mein Versteck. Und dann warte ich, dass der Stanni dann hier hochkommt. Wenn er es hier hoch schafft, werde ich ihn runterhauen. Wenn nicht, dann schaffe ich mich einfach so und mache den hier so rüber. Und dann bin ich auch einfach weg, Freunde. Zack, guck mal. Dann gehen wir so runter. Zack. Und dann fahren wir einfach hier raus. Okay, wir warten auf ihn. Okay, Freunde. Ich werde mich jetzt hier verstecken, wo dieser Shop ist. Da vorne. Ihr kennt das aus GTA Online. Und wenn Stanni kommt, wird er ja entweder von hier kommen oder von hier kommen. Und ich werde dann einfach in die entgegengesetzte Richtung einfach abhauen. Ich sehe auch echt wenig durch diese Butterflies. Deswegen, das wird echt schwer. Ich hoffe mal, dass er von hier kommt. Damit ich geradeaus durch hier abhauen kann. Das wäre super. Meine Aufgabe wird jetzt sein, Russik zu eliminieren mit meiner Pistole. Aber er hat eine spezielle Chance. Und zwar, die ersten 30 Sekunden darf ich nicht schießen. Also ich darf seine Reifen nicht platz schießen. Und sobald er mich einmal berührt hat, verliere ich den Toggle. Und er kann abhauen. Und kann dann dementsprechend unerkannt abhauen. Und vielleicht, Leute, habe ich dann ein kleines Problem und werde ihn nie wiederfinden. Und das ist natürlich die Aufgabe, dass sie überhaupt eine Chance haben, vor mir abzuhauen. Aber ich muss sagen, Auto, ich bin nicht so zufrieden. Also wir haben heute ein echt schlechtes Auto. Ich glaube, es ist heute eine übelste Tryhard-Folge. Mal gucken, ob wir Russak relativ einfach bekommen. Weil ich glaube, er hat es auch so das schlechteste Auto. So, er ist auch hier relativ in der Nähe. Okay, so, mal gucken. Wo ist er denn hier? Er versteckt sich. Also er wird sich wahrscheinlich wieder irgendwie eklig verstecken. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass er mich nicht rammt. Okay, wo ist er hier? Ah, ich check, wo er ist. Oh, Junge, so ein Ekliger. Er hat sich hier im Parkhaus versteckt. Problem wird sein, wir müssen aufpassen, wo er ist. Weil er wird mich wahrscheinlich direkt probieren zu rammen. Dass der Toggle gelöst ist und wird dann abhauen. Wartet mal, guck mal, er wird hier safe irgendwo sitzen. Guck mal hier, wo ist er hier? Wo ist er hier? Hä? Leute, wo ist er? Er ist komplett abgehauen, oder was? Also er hupt auch. Russak, wo bist du denn, hä? Ich bin aufs Parkdeck gefahren und da bin ich vom Parkdeck rüber gejumpt aufs Nägel. Ja, aber Russak, du musst auch immer sehen, komme ich da mit meinem Auto hin? Ist das möglich oder ist das nicht möglich? Das ist eine gute Frage, Bro. Soll ich dir helfen? Ja, weil das ist natürlich immer so, Leute, wir müssen uns natürlich an... Also die Leute müssen sich an den Orten verstecken. Siehst du mich? Siehst du meine Hütchen? Ja, ich seh dich, Bro. Dein Hütchen, Bro. Aber ich guck mal hier. Ist der Toggle schon weg? Nee, der Toggle ist noch nicht weg, mein Bester. Bei mir ist er weggegangen, deswegen frage ich nur, weißt du mal. Ja, gut, bei dir ist er weggegangen, Bro. Das ist natürlich schön, aber bei mir ist er nicht weggegangen. Ich glaube, von der Seite musst du drauf. Ein bisschen Anlauf nehmen und dann schräg rein. Kommst du bitte hier rüber kurz? Ja, genau so ist gut. Oh, okay, Russack, sehr gut. Russack, oh. Also ich glaube, jetzt müsste ja der Toggle weg sein. Russack, ich komme mit daher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bro, nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich hab ihn, glaube ich, gerade gesehen. Also ich sag dir so, ich seh dich sogar noch, aber ich glaube, das war's für dich. Ich hab dich gerade noch gesehen, Russack. Ey, Bro, weil ich hab heute aber auch zu... Oh Gott, oh Gott. Ich bin halt auf die Autobahn. Hä? Wie bist du her, Bro? Ich bin einfach auf die Autobahn abgewogen, auf Entspann-Dur. Bro, ich bin auch auf der Autobahn. Hä, aber wie schnell ist dein Auto, hä? Ich bin ja nicht so weit gefahren. Ich bin eigentlich stehen geblieben relativ schnell. Bro, was laberst du? Wie schnell ist dein Auto, hä? Also schnell ist es nicht, aber es fährt halt über diese Autobahnhürden. Weißt du, was ich meine? Junge, ich hab ihn nicht einmal gesehen. Ey, das ist so unfair schon wieder, Freunde. Wieso? Du bist aufs Dach gekommen? Ich hab dich weggeschoben. Junge, was ist das denn? Stani, mach weiter. Hä? Stani, was ist denn los? Ich bin immer noch auf der Autobahn. Bro, also ich check dich, Leute. Er ist einfach weg. Oh. Er ist einfach weg. Guck, guck. Das ist einfach weg. Ey, ist er doch. Der war links von dir, auf der gleichen Straße. Junge, Stani, wie hast du das nicht gesehen? Bro, ich seh ihn doch. Alles gut. Okay, er rammt mich. Ich glaub, du kannst ihn gar nicht abschießen da drin. So. Wie, du hast gesagt, mein Reifen... Ey, ich dachte, ihr habt schusssichere Reifen von Wegel. Ich dachte auch, du hast schusssichere Reifen. Von Wegel, was ist ein Scam? Aber... Das Ding hab ich nur gespielt. Ich dachte, schusssichere Reifen, cooles Ding. Nein, das ist gar nicht... Bro, ich kann ja nicht durchschießen. Besser ist. Wenigstens hab ich schusssichere Fenster. Lass mich essen, gönn mir doch das. Junge, hat der... Ich sag dir ehrlich, Junge. Ich werd der Auto kaputt schießen, ist mir egal. Ja, okay. Bro, ich hab keine Reifen. Ich hab nichts. Okay, also, ich glaub, das ist jetzt nicht unbedingt das Marsmobil. Also, Russack, ich würde mal sagen, du hast doch nicht 500 Euro verloren. Nee, Bro, alles gut, ne? Alles voll legitibel. Bro, was macht der da? Bro, was machst du da? Danke, 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 Stani, danke. Äh! Danke, Bro. Ach, Stani, Digga. Danke, danke. Du hast mich sogar runtergeschuss, Bro. Du warst derjenige, der mich gehen lassen hat. Warum so ruhig, Russack? Warum so ruhig, Russack? Oh, oh, warum ist er so ruhig? Hey, Stani! Er hatte mich so knapp, ne? Ich verliere Öl. Ich splitter und wie entkomme ich, dass Stani mich selber runterschiebt. Nein, ist er weg, oder was? Warte, warte, er ist, Leute, er ist nicht safe auch in der Nähe. Er kann nicht so weit gefahren sein. Hä, der ist doch geradeaus. Ich bin, ich bin nicht weit weg, aber ich hab mich jetzt versteckt und hier chill ich auch und das war's dann auch für dich. Ja, du kriegst ihn nicht mehr, Stani. Also, ist er so weit weg, dass ich nicht weg... Kriege, oder was? Bro, das Ding ist, ich hab' gebrannt schon fast alles. Hey, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott! Warte, ey, ich hab's noch nicht aufgegeben, Bro, ich hab's noch nicht aufgegeben. Chill, 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 chill. Chill, 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 chill. Ich glaube nämlich, dass du hier noch in der Nähe bist. Mhm, bin ich auch. Du musst jetzt halt ein Hide and Seag spielen, mein Lieber. Und das Ding ist, ich glaube, ich weiß auch, wo du bist. Wo denn? Ich hab schon eine Vermutung, Leute. Und zwar, er wird hier auf dem Schrottplatz sein. Er wird hier irgendwie raufgekommen sein. Nee. Also, bist du safety auf dem Schrottplatz, dann hör' ich jetzt auch. Nee, bin ich safety nicht. Ja, okay. Kannst du ja mal gucken, wo ich bin. Ich bin hier bei diesem Bootsverleih. Ja, ey, oh mein Gott. Bro, mein Auto ist kaputt. Das hat Funken gesplittert und es hat Ö verloren und du hast mich gelegt. Bro, ich hab aber auch heute so ein schlechtes Auto. Danke, Staddy. Leute, die ersten 500 Euro haben wir jetzt vielleicht nicht gewonnen, aber wir haben ja noch einen YouTuber vor uns. Oh, ich sag euch, heute wird eine schwierige Folge. Also, mit diesem Auto hier, ich repariere das jetzt erstmal, das fährt sich halt wirklich leider extrem langsam und extrem schlecht, muss ich sagen. Aber gut, wir werden gucken, wo der nächste YouTuber ist. So, den nächsten YouTuber, Freunde. Wir brauchen jetzt mal ein Erfolgserlebnis und ich glaube, ich werde Blaze toggeln. Ich guck mal gerade, wo der ist. Vielleicht ist er jetzt nicht so weit weg. Wir gucken mal auf die Karte. Okay, Blaze ist hier beim Einkaufsladen. Ja, ist jetzt nicht so weit weg, ist noch in der Stadt. Machen wir mal einen kleinen Abstecher mal hin und mal gucken, was er für uns vorbereitet hat. Weil, ihr wisst ja, Freunde, er muss mich erstmal rammen, bevor er abhauen kann, theoretisch, weil ansonsten soll ich die ganze Zeit den toggeln. Also, wir dürfen uns nicht rammen lassen. So, so, so. Wo ist er denn hier, Junge? Er ist hier beim Brawl Stars Laden, Leute. Was ist das denn? Aber wo ist er denn hier? Ich glaube, er ist da... Junge, ist er da auf dem Dach, Leute? Er muss ja auf dem Dach gesprungen sein oder so. Aber er hat kein Rocket Auto. Also ist er wahrscheinlich von irgendwo hier oben aufs Dach rauf. Er ist da unten, Leute. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich habe ihn gerade gesehen. Okay, wir dürfen uns nicht rammen lassen. Wir dürfen nicht rammen. Da ist er. Ach so, 30 Sekunden, Leute, hat er natürlich wieder Chance abzuhauen, ohne dass ich an den Reifen kaputt schieße. Also lassen wir jetzt ihn erstmal abhauen. Guck mal hier. Gut, dass man den Butterfly, Leute, gut, dass er die Animationen angelassen hat. Die kann man nämlich auch deaktivieren. Boah, der Blaze ist echt ein krasser Fahrer, Freunde. Guck mal, wie krass er hier abgeht. Oh, 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 oh. So, gut. Also, ich lasse ja jeden immer... Oh Gott, der will mich hier rammen, Leute, dass ich den Toggle verliere. So ein Bummi. Wer kommst du da nicht? Also, ich lasse ja jeden immer 30 Sekunden Vorsprung, dass ich hier direkt Platten schieße. Aber Blaze, bei dir werde ich jetzt gleich anfangen, den Platten zu schießen. Ja, mach das, komm. Wo ist er hier? Okay, er versteckt sich da hinten, Leute. Weil er natürlich will. So, er will mich jetzt nicht rammen. Er ist so eklig. So eklig, der Stani. Bro, ich lasse mich bestimmt nicht rammen von dir. So eklig, Alter. Ja, da hättest du dir wohl mal was Besseres einfallen lassen sollen. Ja, das war eigentlich todsicher. Das war so ein Stani. Blaze, mach weiter. Blaze, mach weiter. Egal, ich krieg dich noch. Keine Sorge, ich krieg dich noch. Ah, also, du bist ja... Der Toggle ist gleich weg. Ja, ja, der Toggle ist gleich weg, mein Bester. Aber ansonsten... Also, ich sehe gerade nur, dass du am Abhauen bist wie ein kleines Baby hier. Ja, du musst hier erst mal hochkommen. Du bist am Abhauen wie ein kleines Baby. Ja, und, Bro. Ja, komm hier erst mal hoch. Juge, ich weiß ja die ganze Zeit, wo du bist. Juge, ist doch egal, ob ich da hochkomme. Du kleines Baby. So, oh. Blaze wird schon langsam sauer. Pass auf, nicht, dass du nochmal die nächsten... Nicht, dass du nochmal die nächsten 500 Euro verlierst. Ja, ich glaube nicht, Blaze. Da bist du... Aus dem Rennen bist du raus. Das ist nicht... Ja, das sehen wir gleich. Bro, das ist nicht deine Gehaltsklasse. Da haust du schön. Mach lieber wieder die Flügel an. Vielleicht fliegst du dann. Ja, ja, mach die Flügel an, Bro. Das hilft auf jeden Fall. Weil du bist ein Noob, Blaze. Nein, nein, ich bin kein Noob. Rani ist ein Noob. Hoppa! Hoppa! Das ist die Sodeo Drive. Ja, alles gut. Ich bin auch ohne Reifen. Ist in Ordnung. Aber ich glaube, du hast sogar schussliche Reifen. Also von daher, du hast eigentlich... Ey, was redest du? Sind die Reifen kaputt, oder was? Ja, ja. Ja, normal. Ja, ich mach jetzt den ekligen. Ja, mach den ekligen, Bro. Wow, also das sieht nicht gut aus, Blaze. Das Auto... Wenn du den ekligen macht, ist ja nichts Neues. Oh, das sieht ganz und gar nicht gut aus, Blaze. Ei, ei, ei. Das ist alles in Ordnung, alles in Ordnung. Na komm, Stani, Junge, trau dich doch mal. Warum denn? Warum bist du denn so? Und da bin ich unten, Bro. Das ist doch super. Und da ist es schon. Ja, egal. Da ist die Laterne am Brennen. Oh, oh, oh. Jetzt gibt's aber Vollgas hier. Äh, Blaze. Zack, da ist er. Oh, 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 oh. Digga. Stani ist wirklich so eklig, Alter. Ja, Junge, ich spiele taktisch. Du fühlst dich ein bisschen zu sehr, wirklich. Baby, Blaze. Warum ist der nicht ausgegangen? Ah, du brennst. Ja, deswegen. Er brennt, Leute. Das Auto ist drin. Stani fühlt sich zu sehr. Blaze, das war's jetzt mit dir. Blaze, mach weiter. 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 Fünf, vier, drei, zwei, ein, boom. Mein Auto brennt nicht mehr. Ein Viertel. Doch, der Auto brennt noch. Aber das hält echt viel aus. Ein Achtel. Mein Auto brennt nicht mehr bei mir. Ein Sechzehntel. Kannst du dir irgendwie einen Shot geben? Ja, ich schieße ihn ab noch. Zwei und drei, sechs. Das war, nein. Nein, 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 nein. So, das war's. Ach, nee. Das war's, Blaze. Also, die 500 Euro, die wir gerade verloren haben, habe ich wieder eingespielt. GG. Und damit, Freunde, werden wir jetzt den nächsten YouTuber jagen. Und ich würde mal sagen, das ist King Crymax, Freunde. King Crymax. Och, Junge Bro, er hat sich nicht wirklich wieder auf der Maze Bank versteckt. Ist das dein Ernst, Max? Äh, warum? Ist das dein Ernst? Musst du dich ständig auf der Maze Bank verstecken? Also, klar. Bro, warum nicht? Ja, okay. Ich komme hoch, gar keine Sorge. Ich wohne in der Maze Bank Arena. Ey, Leute, jetzt fährt er da oben wieder rum. Dann will er mich rammen und will wegspringen. Immer die gleiche Taktik von Max. Okay, wir werden ihn mal ein bisschen besuchen. So, Maxi, ich komme. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem Auto überhaupt hochkomme. Du meinst, das ist echt schlecht. Kannst du mal dein Auto reparieren, lieber? Mein Auto ist repariert. Echt? Ach, Stani Banani, Bro. Also, ich probiere es damit hochzukommen, aber das Auto ist echt böse, was ich diesmal habe. Ja, dann kannst du ja aufgeben, wenn du es nicht hochschaffst. Nee, 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 nee. Also, wir werden mal gucken. So, ich werde nochmal Anlauf nehmen. Auto nochmal reparieren hier. Zack. Oh, da vorne kommt er. Da vorne kommt er, Leute. So, und Maxi, ich komme. Ja, Bro, das ist ja mit der Karre. Kannst du das auch absolut vergessen. Also, ich probiere weiter. Stani, mach weiter. Stani, mach weiter. Stani, mach weiter. Ich muss weiter links. Bro, willst du meinen Taktik aus? Ich bin voll weiter. Ja, ich komme gleich. Ach so, er hat ja den Taktik-Mercedes. Ja, ja, warte ab. Ich glaube, da musst du ein bisschen früher aufstehen, Stani Banani. Junge, was sappelst du? Ich gebe dir aber, ich sage ehrlich, bei dir keine Gnade jetzt mehr. Keine Gnade bei iCrymex. Stimmt, weil du sonst mal so viel Gnade bekommst. Ey, Juggel. So, Leute, es handelt sich jetzt nur wieder um Stunden, bis die da hochkommt. Stani, gib auf. Stani, gib auf. Und da komme ich, Max, da komme ich. Hallo, was geht? Mein Auto ist an sich leider echt Müll. Ja, also mein Auto ist leider auch Müll. Also von daher, sei ich dir ehrlich. Boah, viel zu weit rechts. Bro! Ja, Max, aber eigentlich die Regel, du musst irgendwann runterkommen, wenn der so ein Auto nicht hochschafft. Hä? Ja, ja, das Ziel ist, Bro. Das Ding ist, ja, Bro, das Problem ist ja, er kann es ja schaffen. Er ist ja nur einfach zu schlecht gerade, sein Auto schafft es. Ja, aber weiß man nicht. Ich sage dir ehrlich, das Auto ist echt schlecht. Bro, also wenn ich es mit meinem Auto mit 5 beim Multiplikator hier hochschaffe, dann... Nein, Bro, dieser Taktik-Ding ist Müll. Ich komme runter, dann wird aber der Toggle weggemacht als Deal. Nö. Na gut. So, wir probieren es nochmal, Leute, ob ich es schaffe, aber es sieht nicht gut aus. Und... Oh! 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 Und den Toggle? Dankeschön, tschüss! Ich gebe halt den Toggle noch. Oh nein, oh nein, Max, oh nein! Oh nein, das hat so gut angefangen. Oh nein, 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 oh nein! Bro, ich sage doch, ich sehe, das ist Müll. Leute, eigentlich gebe ich den Leuten immer Vorsprung, aber Max ist die größte Lachnummer, Bro. Max ist leider die größte Lachnummer. Oh nein. Ich sage ehrlich. Bro, ich weiß aber, dass der Toggle weg ist. Ja, wenn du weinst, wenn du weinst, wenn du weinst, Bro. Also ich kann dir nur sagen, Max, der Toggle ist nicht weg. Was? Der Toggle ist nicht weg. Oh, komm doch. Oh, komm doch. Wow, Max, Junge. Ich habe das Gefühl, er ist ein Lügner, der Toggle ist schon weg. Max, komm doch, ey, du bist ein Lügner, Junge. Deswegen weiche ich dir auch aus. Der Toggle ist weg. Der Toggle ist weg. Oh, ey, Max, Junge, du haust dir mit rasanter Geschwindigkeit ab. Ja, Bro, ich habe meine Technik. Ich muss auch sagen, sorry, dass ich da ernst gemacht habe bei dir. Ich mache meine Technik, du checkst das nicht weg. Also ich würde dir sogar noch mal Chance geben, du kannst jetzt einmal das Auto reparieren. Was? Ja, repariere einmal, komm. Weil der Toggle ist ja weg. Repariere einmal, los. Ich spiele mit dir, Bro. Bro, ich spiele mit dir, Max, Junge. Ich spiele mit dir, Max. Du bist für mich leider kein Gegner mit deinem Taki-Mercedes. Bro, ich sage doch, der Taki-Mercedes ist Müll. So. Der hat Lenkung wie noch was. Wie ein Bus. Ja. Ich bin zufrieden mit 500 Euro. Oh, das war ein guter Jump. Das war kein guter Jump, weil... Das war doch doch sehr gut, sehr gut. Stani hinterher, zack. So. Ja. Du hast ihn einfach abgehangen, Max. Ja, Jungs, er hat mich abgehangen, aber er hat doch gar keinen... Ich habe doch immer noch den Toggle. Also ich fahre... Ich bin gespannt, bei Rusty hat er auch überhaupt so einen Toggle noch. Bin ich mal gespannt. Bro, also bei mir ist halt weggegangen, das ist das Ding. Ja, aber bei mir ist halt nicht weggegangen. Ich glaube, Stani macht hier Geschichten aus dem Polanergarten. Ich habe alles in der Aufnahme, ansonsten würde ich doch nicht sagen, dass du noch mal reparieren darfst. Ich glaube, das sind hier Geschichten aus dem Polanergarten. Ja, okay. Oh mein Gott. Okay, ja, okay. Leute, ich glaube, Max ist echt weg. Nein. Max ist wirklich weg. Versuchst du ihn noch? Bro, ich glaube, ich werde gleich aufgeben. Ich glaube, er prankt, Leute. Nee, ich sage ehrlich, Max, du kannst stehen bleiben. Bleib mal an den... Er ist ein Pranker. Bleib mal jetzt an den Ort stehen, wo du bist. Ich will... Ich will gucken, wo du bist. Weißt du? Ich werde jetzt gucken, wo du bist. Wo ist Max, Bro? Ja, okay. Er ist weg. 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 Ja, er ist weg. Ich bin weg. Er ist weg. Bro! Er ist ausgelischt. So, Max! Du kleine Großklappe. So, jetzt machen wir einen Prozess hier, Leute. Jetzt machen wir einen Prozess. Platten ist drinnen. Zack, jetzt machen wir ernst. Zack, 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 zack. Guck mal hier, wie schnell das jetzt geht. Okay, Max fährt er noch gut. Gut. Und das war's, Max. Einmal zack, hier. Dankeschön. Oh, Max, aber ich muss dir leider sagen, Leute, man muss ja, um den Toggle zu enttoggeln, man muss einen gut in der Seite treffen. Und ich sag dir, Max, du hast mich leider auch noch nicht. Was? Das kann nicht sein. Also Russack hat mich direkt enttoggelt. Das war das Erste. Aber du hast mich leider nicht gut getroffen. Leute, und das ist auch, das kann man nicht anders einstellen. Das ist automatisch von GTA so. Du bist ein Hacker. Du bist ein Hacker, Bro. Nein, das hat nichts mit Hacker zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass du schlecht bist. Du bist ein Hacker, Bro. So, und das war's jetzt hier mit dir. Ich mach jetzt hier kurz einen Prozess. Jetzt ist enttoggelt. Jetzt ist enttoggelt. Und das war's. Nice. Und das war's, Max. Das war's. Easy. Taco-Wagen haben wir bekommen. Max. Easy. 500 Euro auf der hohen Kante. So, Freunde, wir kümmern uns jetzt um Ente, den Esel. Beziehungsweise um die Schlängel, die Schlange. Und er ist hier natürlich wieder im Parkhaus. Ach, Junge. Das Parkhaus, Leute. Das ist doch eine Lachnummer. Wo komm ich hier rein? Auf der anderen Seite. Er versteckt sich im Parkhaus. Will mich rammen und will dann abhauen. Ja, okay, Leute. Die Taktik kennen wir schon alle. Wir müssen nur aufpassen. Er wird hier wahrscheinlich irgendwo campen. Er wird irgendwo hier im Parkhaus chillen. Und will mich direkt wegrammen. Da muss ich einfach nur ein bisschen aufpassen, dass der Toggle nicht gelöst wird. Und dann wird das schon ein bisschen. Also, ich muss jetzt hier wirklich gut fahren. Wenn er kommt, direkt ausweichen. Direkt. Ich glaube, er wird jetzt nämlich von oben hier... Guck mal, da ist er doch. Da ist er doch. 30 Sekunden geben bei ihm Zeit. So. Ach, Ente, du Lachnummer. Warum Lachnummer? Ente, du bist eine Lachnummer. Warum bin ich nicht Lachnummer? Ente, ich spring jetzt die Rampe runter. Und dann... Oh Gott. Das war's. Hä? Wieso? Hä? Oh mein Gott, du hast ihn enttoggelt. Habe ich ihn enttoggelt? Ich weiß es nicht. Er ist ruhig, er ist zu ruhig, er ist zu ruhig. Ich habe sein... Ich habe sein... Gehört. Er ist zu ruhig, er ist zu ruhig. Er hat sein... Ich glaube, ich habe ihn enttoggelt, oder? Let's go! Ja, du hast ihn enttoggelt. Nein, oh mein Gott. Ente, du bist weg. Er fängt, er hat den Toggle noch, er hat den Toggle noch, er hat den Toggle noch. Ente, du bist weg. So, 30 Sekunden. Er fängt, er fängt, er hat den Toggle noch, er hat den Toggle noch. Ja, Ente. Und... Zack, Ente! Woooo! Nein! Ach, Ente, du hast alles falsch gemacht wieder. Woooo! Woooo! Ente! Ui! Cooler Sprung, Ente! Woooo! Ente! Ui, du bist ja richtig flott unterwegs! Ich bin richtig still! Ich bin richtig still! Woooo! Ente! Ui, 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 ui! Das ist nicht lustig! Ui, 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 ui! Ente, du hattest 30 Sekunden Zeit von mir zu entkommen. Dann, ich habe wieder ein bisschen später natürlich geschossen und Ente, es sieht nicht gut für dich hier gerade aus. Oh nein, bitte! Mein Auto hält doch aus! Bitte! Also Ente, ich muss leider sagen... Lach nochmal, Ente! Nein! Das war's! Das ist auch Ente, haben wir in den Entenstall zurückgebracht. 500 Euro für Stani. So, welcher Loser ist noch am Start? Ach, Amir! Okay, Amir ist kein Gegner für mich, Leute. Amir würde ich sogar sagen, ist einer der schlechtesten von allen. Ist Blaze schon down? Blaze ist auch schon down. Ich bin schon down, ja. Amir ist der Letzte und den werden wir uns, Leute, für Amir lassen wir natürlich was richtig Leckeres einfallen. Ach, Amir! Bro, ist das dein Ernst oder was? Hast du dich da auf dem Haus versteckt? Ach, Leute, ey. Er hat sich da... Ey, Bro, er hat sich da wirklich versteckt. Er wird hier wahrscheinlich irgendeinen Jump gemacht haben. Ja. Ist gut, ist gut, Leute. Mal gucken, ob wir was auch hinkriegen. Hier und... Jumper! Okay, das wird auf jeden Fall der Jump gewesen sein, aber wir brauchen ein bisschen mehr. Nein, 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 nein. Wie? Gibst du einen anderen Jump? Bevor du taust mal auf diesen weiten Berg fährst, such einen anderen Jump. Genau, den Berg da. Jetzt runter. Ja. Hier oder was? Ja, aber nicht an der Stelle. Nein, 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 an der Stelle. Ah, in der Richtung. Zurück, zurück, fahren, zurück. Falsche Richtung. Zurück, fahren, zurück. Wir geben dir sogar den Jump. Jetzt von der Straße folgt der Straße erst mal. Ich glaube, es ist jetzt schon schwer genug sein. Und jetzt links, 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 links rein, da unten rein. Und siehst du dann? So bin ich hoch. Ah, okay, das ist fair, Leute. Aber ich hätte es auch gesagt. Aber ich glaube, das ist nicht so ein schwieriger Jump. Ja, das ist nicht so ein schwieriger Jump, Leute. Zack. Da sind wir drauf schon. Und dann bist du auf dem falschen Dach, Bro. Ja, das ist das Ding, Leute, wir sind auf dem falschen Dach. Also werde ich nochmal runterspringen. Easy peasy. Aber Armi hat heute mal eins der besseren Verstecker. Aber ich habe leider schon gesehen, Armi, wie ich dich outplayen kann. Okay. Also das wird dir leider... Oh, oh, oh. Das ist ein bisschen Müll. Mhm, mhm. So. Und einmal rauf, Leute. Oh Gott, oh Gott, nein, 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 nein. Nicht zu weit springen, nicht zu weit springen. Oh, nein. Komm, Manometer, Zitronen, Peter. Und dann bin ich Armi. Da sind wir drauf, du. Was geht? Da sind wir drauf, Armi. Was geht? Geht, oh. Mein bester aller Jutster, da sind wir drauf. Ja, bin ich gut. Und jetzt? Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Und tschüss, erst mal. Und jetzt komm mal wieder hoch. Hey. Naja, der war fast sogar ledig, glaube ich, ne? Hat er dir gut gemacht, oder? Okay, ich komm noch mal hoch, Armi. Also fühlt sich heute sehr, sehr sicher, Armi. Ah! Der war schon mal nicht schlecht. Junge, hoch da, Leute, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Das war Müll, das war gut, das war gut. Das war gut. Müll! Boah, der war knapp, aber es war von der Dings her gar nicht so schlecht. Weil dann wärst du auf meinem Teil gekommen. Hier oben. Ja, 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 hier oben wollte ich den. Ja! Oh mein Gott. Nein. Oh nein. Oh nein. Schade, Armi. Guter Play, guter Play. Aber wärst du eins weiter gesprungen, wär's vielleicht ne schwierige Geschichte gewesen. Aber so, Armi Lee, sieht das nicht gut für dich aus. Toggle ist natürlich schon bekannterweise weg. Was ist er? Toggle ist weg, ja. Beim ersten Runterschubsen schon. Ja, Digga. Leider keine Chance mit dem Plattenreifen. Oh nein. Ja, Bro, ich kann nix machen dagegen. So, das war's. Auch Armi heute bekommen. Leute, ich würd mal sagen, es war ne clean Runde. Wir hatten heute mal keine OP-Autos, aber ziemlich lustige Gegner-Autos waren mit dabei. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt die Jungs ab. Tschömmete.